Mit Sweet Home 3D richtet man eine komplette Wohnung oder ein einzelnes Zimmer am PC virtuell ein. Dafür lädt man entweder einen vorhandenen Plan in die Anwendung oder erstellt die Wände und Räume selbst. In unserem Beispiel laden wir einen zuvor erstellten Plan in die Anwendung. Das Schlafzimmer haben wir schon eingerichtet. Nun folgt das Wohnzimmer. Aus der Menüleiste wählen wir Raum erstellen aus und ziehen die Wände hoch. Fenster und Türen passt man ebenso passgenau ein. Die einzelnen Vorgänge schließt man mit Hilfe der Escape-Taste. Nun geht es ans Einrichten. Die einzelnen Möbelstücke greift man einfach per Mausklick auf und zieht sie an Ort und Stelle. Einzelne Schritte macht man jederzeit wieder rückgängig. Per Doppelklick bestimmt man die Maße des Gegenstandes neu oder gibt dem Möbelstück einen individuellen Namen. Auch die Farbe und Textur stellt man hier ein. Die 3D-Ansicht eines Raumes ändert man per Rechtsklick. Neben einer Vogelperspektive bietet Sweet Home 3D einen virtuellen Rundgang mit Zoom-Funktion und individueller Richtungsänderung. Sogar Foto- und Videoaufnahmen sind mit dem Programm möglich. Den Raum- oder Wohnungsplan speichert man jederzeit für einen späteren Gebrauch ab. Die 3D-Ansicht eines Raumes Vielen Dank.